Der Frankfurt Talk. Live aus den Radio Frankfurt Skyline Studios. Internationalität, Vielfältigkeit und bürgerschaftliches Engagement machen unsere Stadt zu dem, was sie ist. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen in Kooperation mit der Montagsgesellschaft und dem Newcomers Network spannende Themen und Interviewgäste aus der einzigartigen Mainmetropole. Wir begrüßen Sie beim Frankfurt Talk mit Stefan Söhngen. Guten Abend. Pfingstmontag. Wir haben einen schönen, entspannten Tag gehabt. Wir bleiben uns treu, auch am Feiertag, der Frankfurt Talk auf Radio Frankfurt. Heute Abend mit einer jungen Frau, die sich stark macht für Zivilcourage und damit natürlich sehr, sehr gut zu dem Frankfurt Talk passt. Wir reden über Courage, wir reden über Engagement, wir reden über Internationalität und Frankfurt. Salome Zaremi Strogusch. Sag ein, zwei Sätze zu dir und sag uns, warum du glaubst, dass du hier heute bei uns bist. Ja, mein Name wurde ja schon genannt. Ich bin Mama von vier Kindern, bin morgen verheiratet elf Jahre. Und ja, setze mich ein für Zivilcourage, weil mir das ein Herzensangelegenheit und Anliegen ist, Menschen dafür zu begeistern. Und in Frankfurt habe ich schon viele Projekte gemacht und das passt super gut. Unter anderem Frankfurt zeigt Courage, darüber reden wir nachher noch. Lass uns aber drüber reden, wie du auf die Idee gekommen bist und was dich motiviert hat, was die Initiative war, dass du den Verein gegründet hast und dass du dein Engagement in dieser Form führst. Welches Ereignis, was war da, was ist passiert? 2008 ist mein Bruder quasi ein Retter gewesen für ein Pärchen, das belästigt wurde. Er hat sich eingesetzt, als viele Menschen weggeschaut haben. Von diesen Tätern wurde er dann später auf dem Heimweg aufgelauert. Und die haben ihn zusammengeschlagen, auf der Straße liegen gelassen und er lag ohnmächtig auf der Straße und wurde dann von einem Taxi überrollt, hat vier Wochen im Krankenhaus gelegen, wurde fast täglich operiert und hat es dann letztendlich nicht geschafft und ist gestorben. Und dieser Prozess hat uns gezeigt, zum einen, dass Zivilcourage nicht verständlich und selbstverständlich ist in unserer Gesellschaft und was mich besonders und Familie und Freunde, die auch den Verein mitgegründet haben, auch sehr gestört hat, war, dass diese tragische Geschichte genutzt wurde von Menschen rechter Gesinnung, um gegen Menschen mit Migrationsgeschichte zu hetzen. Da die Täter Migrationsgeschichte hatten und es ist egal, wo Menschen herkommen, es ist wichtig, dass wir bekennen, dass Gewalt nicht ein Herkunftsproblem ist und das hat uns wahnsinnig gestört. Und deswegen war uns auch so wichtig, diesen Verein zu gründen, um aufzuklären und uns gegen Hetze auch zu stellen. Du hast dieses schreckliche Erlebnis erlebt mit deinem Bruder, mit Fabian. Danach hast du wahrscheinlich erst mal Zeit gebraucht, um darüber hinwegzukommen und dann irgendwann kam die Initialzündung, dass du gesagt hast, jetzt stehe ich auf und jetzt will ich sein Erbe vortragen und mich für Zivilcourage engagieren. Das hat ein bisschen gedauert oder ging das sehr schnell? Nein, ich habe tatsächlich mitgewirkt, um aufzuklären, wer die tatsächlichen Täter sind. Es wurden falsche Täter gefasst. Ich war eigentlich von Anfang an sehr stark involviert in der Aufklärung, denn für mich war es ganz unverständlich, dass die Wahrheit oder diese Aufklärung so lange dauert und auch der Prozess war für mich sehr zermürbend und hat mich viel Kraft gekostet, auch in Bezug auf Zivilcourage, wenn ich mich daran erinnere, dass Menschen eigentlich aufgefordert wurden, eine Zeugenaussage zu machen und das war schon schwer. Sind die Täter gefasst? Ja, einer ist aber im Ausland. Das heißt, drei wurden gefasst und mit unserer auch Mithilfe und einer ist flüchtig. Sind die entsprechend bestraft oder sind sie wieder auf freiem Fuß? Die sind mittlerweile auf freiem Fuß, ja. Hast du sie mal? Ja, ich habe es ja auch schon gesehen und das war, klingt merkwürdig, also in einem Supermarkt und also diese Gefühle, die dann da entstehen, sind natürlich schwer in Worte zu fassen und zu begreifen, wenn man sieht, dass ein Mensch, der einem anderen Menschen so wehgetan hat, einfach fröhlich einkaufen gehen kann. Einfach weiter seinen Weg geht. Etwas, was wir nicht nachvollziehen können, zum Glück, weil wir es selbst jetzt nicht erlebt haben, hoffentlich auch nicht erleben, hoffentlich du auch nicht mehr erlebst, etwas Vergleichbares. Hut ab vor dem Engagement, vor der Initiative. Wir reden darüber gleich weiter und reden auch darüber, was es für dich bedeutet, das hier im Großraum Frankfurt in Frankfurt umzusetzen. Wir sind gleich wieder da, machen eine kurze Musikpause. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Wir sind zurück im Frankfurt Talk. Salome Saremi Strogos, Fabian Salas Erbe, der Verein für Zivilcourage, den du ins Leben gerufen hast. Darüber reden wir heute. Wir reden über dich. Wir haben gerade über deine Erlebnisse gesprochen, Initiative gesprochen, die du gestartet hast. Wir reden jetzt über dich und Frankfurt. Was bedeutet Frankfurt für dich? Das ist immer ein wundervolles Gefühl. Einfach da geht mir das Herz auf. Ich fühle mich ein Teil dieser Stadt. Ich bin glücklich, dass ich hier auch aufgewachsen bin. Auch wenn meine Eltern dann mal eine Zeit lang weggezogen sind, führte mein Weg irgendwie immer wieder in diese Stadt. Sachsen-Häusender Mädchen. Ist das richtig? Genau. Meine Eltern haben sich hier kennengelernt. Meine Tante hatte in den 70er Jahren hier auch einen Künstlercafé. Und Frankfurt bedeutet für mich einfach ein Stück Heimat. Das kann man gar nicht. Das ist so ein Gefühl. Und das fühlt sich toll an. Und du lebst jetzt an der Bergstraße im Großraum Frankfurt, nicht so weit entfernt. Aber bist trotzdem Frankfurterin, würdest du sagen. Sag mal, was ist denn typisch frankfurterisch im Vergleich zu anderen Städten? Das ist eine gute Frage. Für mich ist sehr typisch, sich überhaupt keine Gedanken machen zu müssen, dass man anders ist. Ich fühle mich nie nicht frankfurterisch. Und das Schöne, wenn ich in einer anderen Stadt bin, erkennt man das auch irgendwie, dass man irgendwie aus Frankfurt kommt. Ich war mal in Berlin und habe mich einfach zu Menschen gesellt und habe die angesprochen. Und dann waren sie ganz irritiert. Wie kann man denn andere Menschen ansprechen? Dann sage ich, wieso? In Frankfurt ist das ganz normal. Also da können wir Menschen ansprechen. Oder in München fand ich es auch ganz witzig, dass man auch gleich irgendwie dann erkannt wird. Weil da war es irgendwie eher dieses, du bist nicht aus München. Also man hat gleich gesehen, also du bist nicht aus München. Da ist was anders. Da ist was anders. Und dieses Frankfurt-Sein ist für mich immer sehr verbindend. Egal woher, aus welcher Ecke man kommt, man hat immer was, dieser Gemeinschaftssinn ist für mich sehr bezeichnend. Fast schon so eine Art Lebensgefühl. Total. Das ist doch ein schönes Motto. Frankfurter Lebensgefühl. Aber wir wollen nicht nur positiv reden. Ich will jetzt von dir hören, was sich an Frankfurt nicht gut anfühlt und was dich an Frankfurt nervt. Parkplatz suchen, Parkplatz suchen, Parkplatz suchen. Mein Mann hat damals im Nordend gewohnt und ich in Sachsenhausen. Also ich habe mein Auto irgendwann mal verkauft, weil dieses Parkplatz suchen einfach wirklich zeitaufwendig war. Plus ich empfinde die Stadt sehr laut. Und ich hatte es nie so laut in Erinnerung und jetzt ist die Lautstärke für mich dann doch sehr, sehr präsent. Und das finde ich sehr schade. Na gut, aber das Parkplatz suchen Thema ist ja schon jetzt aufgehoben, indem du kein Auto mehr hast. Einfach so easy und mit dem Laut, naja, das kriegen wir auch noch Kopfhörer. Lieblingsplatz? Wo bist du am liebsten? Am Main. Wasser. Die Skyline. Das tut gut. Okay. Und nun weiß ich, dass du mit deiner Familie südlich von Frankfurt lebst. Aber wenn du am Wochenende in Frankfurt bist, an einem Samstagvormittag, wo treffen wir dich? Mit einem, ja, mit einem Café irgendwo draußen. Am Main. Am Main natürlich oder gerne auch in der Stadt. Ich frühstücke eigentlich sehr gerne mit meinem Mann hier in Frankfurt und das genießen wir. Wir hatten immer auch unsere Date Nights immer in Frankfurt. Es ist nämlich auch mal schön, mal nicht Eltern zu sein für ein paar Stunden. Ja. Und da ist Frankfurt einfach ideal. Man hat so viele Möglichkeiten, so viel zu sehen und auszugehen und einfach mal ein paar Stunden zu genießen in so einer schönen Stadt wie Frankfurt. Das ist ein schönes Motto. Hast du wahrscheinlich heute auch am Pfingstmontag getan. Wir sind jetzt gleich wieder zurück, machen Musikpause. Schön, dass du bei uns bist heute Abend. Danke. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Pfingstmontag. Wir haben einen schönen Feiertag gehabt. Heute Abend der Frankfurt Talk auf Radio Frankfurt, wie jeden Montag. Heute Abend mit Salome Saremi Strogosch, eine Frankfurterin durch und durch, die jetzt im Großraum Frankfurt lebt, aber die sich für Frankfurt einsetzt, für Frankfurter Themen einsetzt. Und ein Frankfurter Thema, wir haben gerade anleitend schon drüber gesprochen, ist das Thema Internationalität. Warum ist denn Internationalität so typisch frankfurterisch? Ja, das beginnt ja schon mit dem Flughafen. Also ich kann mich erinnern, als kleines Kind war für mich der Flughafen die Welt. Also die Welt zu Hause hier in Frankfurt am Flughafen. Das war pulsierend und immer ein großes Erlebnis. Und das geht auch durch die ganze Stadt. Also ich habe das Gefühl, dass wir als FrankfurterInnen alles sein können und auch alles beinhalten. Und dass es ein schönes, buntes Bild gibt. Jeder und jede darf sein, wie sie ist und bringt auch das Besondere mit. Und das macht Frankfurt so schön und liebenswert. Und natürlich international. Internationalität und Frankfurt, ich sage immer, das ist eigentlich ein Synonym. Das gehört zusammen. Du machst das Projekt Frankfurt zeigt Courage oder hast das umgesetzt in Festivalform, Initiativenform. Erzähl uns ein bisschen etwas dazu. Und du hast mir in der Vorbesprechung davon erzählt, wie da alle Frankfurterinnen und Frankfurter zusammenstehen. Und das Thema Nationalitäten ist gar kein Thema. Erzähl uns was dazu. Genau, wir haben ein Projekt gestartet. Das war ein Kunst-Video-Awareness-Projekt. Wir haben mit KünstlerInnen an der Friedensbrücke ein Riesen-Graffiti sprühen dürfen. Und diese Fläche wurde dann genutzt für Interviews zum Thema Zivilcourage. Und das Wunderschöne an diesem Projekt war einfach das Team auch dahinter, für die es absolut selbstverständlich ist, bunt zu sein. Alle Religionen zu akzeptieren, zu tolerieren. Denn Nationalität ist ein Geschenk und etwas Besonderes und überhaupt nicht, man muss sich gar nicht rechtfertigen, wo man herkommt oder welchen Namen man hat, sondern wir werden so akzeptiert, wie wir sind. Und das hatte dieses Projekt einzigartig und wunderschön eigentlich für uns alle gemacht, weil wir auch herausstellen konnten, dass uns so viel mehr verbindet, als dass uns irgendwas trennt. Und die Basis war natürlich Frankfurt. Wo es eigentlich egal ist, wo man herkommt in Frankfurt. Ja, absolut. Es geht um den Menschen, der im Vordergrund steht. Richtig. Wir haben heute Abend auch eine kleine Ankündigung für morgen Abend. Findet eine Veranstaltung der Montagsgesellschaft statt, bei der wir über Antisemitismus reden. Antisemitismus, der in Deutschland auch aufkommt, auch wegen der Entwicklung in Israel, die gerade stattfindet. Dort gibt es Krieg, dort gibt es kriegerische Auseinandersetzungen. Hier gibt es Angriffe auf jüdische Einrichtungen. Wir hatten vor einem Jahr eine Veranstaltung, wo wir über Anne Frank gesprochen haben, uns mit dem Mädchen. Anne Frank, die wäre mit Sicherheit auch bei dir im Verein aktiv gewesen, könnte ich mir vorstellen. Was empfindest du, wenn du da nach Israel schaust, vielleicht auch mit deinem eigenen familiären Hintergrund? Ist das denn überhaupt fassbar, was du da gerade wahrnimmst? Ja, als Pazifistin ist es sowieso schwer zu ertragen, dass es in unserer heutigen Zeit Krieg gibt und Menschen sterben müssen für Politik. Und ich bewundere die Menschen, die in diesen Zeiten versöhnlich sind und zusammenführen und friedlich miteinander umgehen und ihre Unterschiede nicht zu einer Trennung führen, sondern eben zu dem Verbindenden eigentlich aufschauen und sagen, wir lassen uns nicht trennen. Ich finde gerade diese Aktionen, die gerade laufen, auch aus muslimischer Perspektive zusammen mit jüdischen Menschen, zu sagen, uns verbindet so, so, so viel mehr und wir lassen uns nicht trennen. Das ist für mich nicht nur versöhnlich, sondern genau das Vorbild, das ich mir so sehr wünsche und suche. Und ich habe einen, mein Vater ist aus dem Iran und ich habe sehr viel mehr mit jüdischem Leben eigentlich zu tun, als dass es meine Freundinnen hatten aus, ich sage jetzt mal, aus dem christlichen Umfeld. Und das darf man nicht vergessen. Also es ist nicht immer nur alles Böse oder alles Gut und wir sollten mehr aufeinander zukommen und zuhören und schauen, was uns verbindet. Es geht um den Menschen und ich glaube, das ist ein Thema, was wir hier in Frankfurt sehr, sehr gut verstehen. Darauf können wir uns nicht ausruhen, müssen wir jeden Tag dafür kämpfen. Deswegen Initiativen wie deine, Fabian, Salas Erbe, das ist wahnsinnig wichtig und wertvoll. Wir machen eine kurze Unterbrechung und reden gleich weiter. Vielen Dank, dass du da bist. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Pfingstmontag. Wir sind mit dem Frankfurt Talk on Air und reden heute Abend mit Salome Sarimi-Strogusch über Zivilcourage, über Frankfurt, über Engagement, über dein Wirken. Du bist Vorsitzende und Initiatorin des Vereins Fabian Salas Erben und kämpfst für Courage, für Zivilcourage. Was ist Zivilcourage? Zivilcourage bedeutet für mich, sich für unsere Werte, demokratischen Werte, für humanistische Werte und vor allem für die Menschenwürde einzusetzen, bei Ungerechtigkeiten nicht wegzuschauen. Das ist Zivilcourage. Das hat viel mit unserer Demokratie zu tun. Richtig und man darf nicht vergessen, dass die Demokratie ja auch entstanden ist, weil Menschen zivilcouragiert waren. Deswegen haben wir jetzt was ganz Wundervolles und das sollten wir nicht zu selbstverständlich sehen und auch es pflegen und darauf aufpassen. Demokratie ist was Wertvolles. Und es gibt auf der ganzen Welt noch Orte, wo dafür gekämpft wird, dass man oder Menschen sind couragiert und gehen auf die Straße für eine Demokratie. Besteht die Gefahr, dass der Begriff Zivilcourage so eine Art Buzzword wird und dass man sagt, ja, ja, Zivilcourage ist wichtig, aber ich selbst, naja. Also hast du manchmal den Eindruck, dass darüber zu viel gesprochen wird, aber zu wenig dafür getan wird? Ich glaube, Zivilcourage ist einfach noch ein Fremdwort für viele Menschen. Ich kategorisiere das so, einige wissen gar nichts damit anzufangen. Einige wollen sich gar nicht damit auseinandersetzen, weil sie natürlich selbst auch aktiv werden müssten. Und dann gibt es Menschen, die einfach zu wenig Handlungsoptionen und Ideen haben, Zivilcourage in ihrem eigenen Alltag umzusetzen. Und es muss viel mehr über Zivilcourage vielleicht in einem positiven Kontext gesprochen werden, sodass man auch gute Beispiele hat und vielleicht die Angst verliert vor Zivilcourage. Wenn man jetzt den Fall meines Bruders hört, würde man ja erst mal sagen, oh, dann setze ich mich natürlich nicht ein und das kann ja zu Tode führen. Aber nein, Zivilcourage ist so viel mehr und man kann so viel lernen. Und ich empfehle den ZuhörerInnen, bitte Zivilcourage zu googeln und vielleicht auf unsere Webseite Courage Office zu gehen. Und dann werden sie sehen, dass der Tag der Zivilcourage immer am 19.09. von uns koordiniert wird. Da kann man mitmachen? Da kann man, also wirklich alle Menschen können mitmachen. Sei es eine Schulklasse, eine ganze Schule, ein Büro, eine Initiative. Wir wünschen uns das natürlich sehr, sehr bunt und man unterstützt dadurch oder macht Zivilcourage natürlich sichtbar. Also was steckt dahinter? Wie viele Initiativen, Organisationen oder Einzelpersonen setzen sich überhaupt dafür ein? Was können wir lernen? Also an dem Tag erlebt man oder bekommt auch sehr viel Input darüber. Aber wie kann man konkret mitmachen und zwar nicht nur an dem Tag? Wie kann ich das ganze Jahr über mich für Zivilcourage einsetzen innerhalb eurer Organisation? Ja, vielleicht auch. Was ist dein Tipp an die Hörerinnen und Hörer da draußen? Was würdest du sagen? Seid zivilcouragiert und zwar ständig. Mutige Menschen brauchen wir, das ist richtig. Also ich glaube, sich einfach mit sich selbst auch erst mal auseinanderzusetzen. Zu was bin ich in der Lage? Bin ich jemandem, der einschreiten kann? Habe ich eine Situation gut unter Kontrolle? Wenn ich Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz erlebe, auf dem Schulhof und so weiter. Wenn ich mich dafür interessiere, dann schaue ich mich mal um. Welche Vereine und Organisationen gibt es eigentlich in meinem Umfeld? Gerne bei uns natürlich auf der Seite schauen und sich immer wieder auch vor Augen halten, wenn man unterwegs ist. Ich kann Hilfe holen. Ich muss mich nicht in eine Situation als Batman oder Superman reinstürzen. Natürlich ist der Selbstschutz ganz, ganz wichtig, aber ich kann immer helfen und es ist nie peinlich, einfach mal nachzufragen. Lieber einmal zu viel gefragt, ob die Situation okay ist oder nicht. Und das kann ein Wendepunkt sein für einen Menschen. Also das ist schon wichtig. Das ist ein schönes Geben und Nehmen. Und wir wünschen uns ja auch, wenn wir mal in einer Situation sind, wo wir Hilfe brauchen, dass auch jemand auf uns zukommt. Ich glaube, das kommt auch immer zurück, wenn man etwas gibt, wenn man unterstützt, dann wird das auch in irgendeiner Form zurückkommen. Insofern ist man damit immer auf der sicheren Seite. Wir sind gleich auch wieder zurück. Wir machen eine kleine Musikpause und dann reden wir weiter im letzten Block über dein Engagement, über Zivilcourage, über Frankfurt. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Wir sind zurück beim Frankfurt Talk hier auf Radio Frankfurt. Wir sind bald am Ende unserer Sendung. Es ist schön dunkel und der Pfingstmontag ist dann bald beendet. Es hat sich gelohnt, Salome, Sarimi, Strohgusch, dass du heute da warst, dass du über Zivilcourage, über Engagement, über persönliches Engagement gesprochen hast, dass du über deinen Hintergrund gesprochen hast. Das war sehr, sehr beeindruckend. Hat mir persönlich auch viel bedeutet. Wir belohnen unsere Gesprächsgäste und wir haben ein kleines Geschenk mitgebracht. Und ja, überreiche ich dir jetzt direkt. Ah, vielen Dank. Und da die Hörerinnen und Hörer das jetzt nicht sehen können, erzählst du uns, was du geschenkt bekommen hast. Ja, zwei wunderschöne Bilder von Frankfurt. Einmal die alte Oper und ganz schön hier auch der Main und die Skyline. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr berühmt. Und natürlich ein richtig cooles Shirt von den Newcomers Network. Ja, da laden wir dich auch jetzt schon ein. Vielleicht können wir da auch was dazu zusammen machen. Gerne. Auch Newcomers Network, Newcomers Festival organisieren wir im Frankfurter Römer, um die Welt zu begrüßen und willkommen zu heißen. An dieser Stelle, ich sage es öffentlich, lass uns was zusammen machen. Komm gerne mit dazu mit deiner Initiative. Sehr gerne. Frankfurt zeigt Courage. Ich habe auch gesagt, dass wir das Video von dir auch posten werden, sodass es jeder sehen kann. Erzähl kurz was zu dem Video. Wie habt ihr das zusammengeschnitten? Ich habe das mal gesehen. Das ist beeindruckend. Ja, wir haben die FrankfurterInnen eingeladen, an der Friedensbrücke vorbeizukommen. Eine Woche lang hatten wir ein Kamerateam da stehen und die durften Statements zu Mut, Toleranz und Zivilcourage geben. Und das haben wir dann zusammengeschnitten. Und das Schöne war halt, wie vielfältig, bunt und divers dann auch die Menschen dann auch vorbeigekommen sind und mitgemacht haben. Das hat uns sehr, sehr glücklich gemacht und es ist ein schönes Video geworden. Erzähl uns einen Witz. Der Lieblingswitz meiner Kinder ist ... Nicht deine Kinder, dein Lieblingswitz. Ja gut, aber ich kriege ihnen jeden Tag erzählt und muss auch jeden Tag darüber lachen. Und zwar, meine Jungs haben zwei Fische. Der eine heißt einer, der andere heißt zwei. Stirbt einer, haben sie immer noch zwei. Hervorragend. Sind die da selbst draufgekommen oder hast du geholfen? Nee, nee, die lieben Otto und ich glaube, das liegt an meinem Mann Otto und Witze und ich bin dann quasi die Zuhörerin und Zuschauerin für solche Comedian-Slapstick-Situationen, ja. Okay, hervorragend. Also den merke ich mir, der ist kurz und prägnant. Hast du ein Geschenk für uns? Ja, ich wollte euch symbolisch ein kleines Bändchen mitbringen, das wir gerne bei Kinder-Workshops auch an die Kinder weitergeben. Das sind unsere Mut-ist-gut-Bändchen. Das ist ja auch das Motto unseres Vereins und unserer Workshops. Ja, Mut ist gut und zwar immer. Mut ist gut. Ein rotes Bändchen, das ich ab sofort an meinem Handgelenk tragen werde. Vielen Dank dafür. Das ist ein schönes Signal, ein schönes Symbol. Jetzt machen wir noch die Abschlussfrage, so wie in jedem Frankfurt Talk, ein Bewerbungsgespräch. Wo sehen wir dich heute in fünf Jahren? In fünf Jahren sehen wir mich und mein Team in einem wirklichen Courage-Office mit EntscheiderInnen, die sich total darüber freuen, dass wir sie überzeugt haben, dass Herzbildung ein ganz wichtiges Thema ist für Schulungen in Ausbildungen, an Universitäten und einfach ein wichtiges Element für Schulen ist und LehrerInnen natürlich auch. Lass uns zum Ziel setzen, dass wir dieses Courage-Office in Frankfurt haben. Sehr gerne. Das ist doch ein schönes Motto. Ich will dir gerne helfen. Vielleicht kriegen wir da was hin im Laufe der nächsten fünf Jahre. Sehr schön. Ja, ich sage danke. Danke, dass du da warst. Ich danke auch. Entlasse dich, entlasse uns in die Nacht und sage danke an alle Beteiligten. Es war ein intensives Gespräch. Ich gebe dir das letzte Wort, bevor wir dann wieder zur Musik kommen. Ja, ich hoffe, wir bleiben lange fröhlich, mutig, gesund und wünsche mir, dass Mut ist gut für viele jetzt zu Hause etwas Bildliches ist, das sie mitnehmen können in ihren Alltag. Das war der Frankfurt Talk. Internationalität, Vielfältigkeit und bürgerschaftliches Engagement. Alles, was Frankfurt ausmacht. Jeden Montag, 22 Uhr, live auf Radio Frankfurt.